Buddha, Dharma, Sankha Das dreifache Kleinod Konstitutiv für die Lehre und die weitere Entwicklung des Buddhismus als Religion war aber nicht der Erlösungsweg des Buddha allein, sondern der Bezug auf das Gesetz, Dharma und die Gemeinde, Sankha. Daraus erwuchs dieser Lehre eine Stärke, die sie von jedem Dogmatismus freihielte und die eine Befolgung des Buddha-Weges in ganz unterschiedlichen Weisen ermöglichte. Seine Zuflucht zu suchen in Buddha, dem Gesetz und der Gemeinde, in den drei Juwelen oder drei Kleinodien, wurde die Grundform des buddhistischen Heilswegs. Die Formulierung der dreifachen Zufluchtsformel kam einem Bekenntnis zum Buddhismus gleich. Von den drei Instanzen, bei denen der Gläubige Zuflucht sucht, ist die wichtigste Buddha, der einmal als der historische Shakyamuni Siddhartha Gautama erschienen war, der aber auch in anderen Erscheinungsformen vorgestellt wird. Er gilt als die Richtschnur, als der große Lehrer, auch als Erlöser, vor allem als der Erleuchtete, der Weisheit und Einsicht und die Lehre von der Überwindung des Leidens und von der Erlösung vom Rat der Wiedergeburten in die Welt gebracht hat. Er heißt der Erleuchtete, wird aber auch als die Wahrheit oder mit dem besonderen Namen Tathagatha bezeichnet, nach einer Deutung der ebenso wie seine Vorgänger zur Wahrheit Gegangene oder auch der in Barmherzigkeit zur Welt Zurückgekommene. Unter dem Einfluss nachhaltiger Verehrung und natürlich auch unter unterschiedlichen kulturellen Bedingungen veränderte sich das Bild des Buddha. Seine historische Erscheinung wurde zu einer unter vielen und so bildeten sich im Kult und in der Verehrung und auch im Zuge der Differenzierung der buddhistischen Lehre vielerlei Buddha-Bilder. Entsprechend mannigfach sind die Formen der Verehrung, angefangen von den Stupas und Schreinen bis hin zu monumentalen Buddha-Darstellungen, wie sie sich in ganz Asien finden. Die Pilgerreiseberichte chinesischer Mönche seit dem 5. Jahrhundert zeichnen bereits für diese frühe Zeit ein Bild von der Mannigfaltigkeit der Verehrung innerhalb und außerhalb Chinas. Kloster und Tempelanlagen mit Pagoden und Stupas prägten das Bild der Hauptstädte Asiens und sind heute noch zum Teil allerdings nur als Ruinen zu besichtigen. Obwohl Buddha ursprünglich also nicht als Figur und auch nicht bildlich, sondern nur anikonisch symbolisiert dargestellt wurde, tritt der Buddhismus schon in früher Zeit in Form einer reichen Bildwelt in Erscheinung, bei der die einzelnen Gestalten des buddhistischen Pantheons typisierende Ausgestaltung erfahren. Die Lehre Dharma Neben Buddha wurde als das andere Kleinod seine Lehre gepriesen, die als leuchtend beschrieben und mit der Blüte des Lotos, Padma, verglichen wird. Der Lotos ist das Symbol für das durch den Kreislauf der Welt Samsara und das Nichtwissen, Avidya, unbefleckte, wahre Wesen des Menschen, das durch Erleuchtung verwirklicht wird und das im Mahayana die Buddhaschaft im Kern jedes Einzelnen, den innewohnenden Dharmakaya meint. Diese Lehre also heißt Dharma und wird mit dem gleichen Begriff Dharma wie die nicht weiter erklärbaren Daseinsfaktoren belegt, die das Dasein des Einzelwesens ausmachen. Bei der zentralen Rolle und Vieldeutigkeit des Begriffes erstaunt es nicht, dass Dharma von den Buddhisten oft mit dem Buddhismus gleichgesetzt wird. Und tatsächlich einigt alle Spielarten des Buddhismus die Tatsache, dass sie Dharma-Theorien sind. Das Sanskrit-Wort Dharma ist also vieldeutig und kann unter anderem Gegenstand der Erkenntnis sein als der Dharma, welcher Gegenstand erhabensten Wissens ist, verstanden auch als die Gesetzesordnung des Universums oder als wirkliches Ereignis. Zugleich ist der Dharma das moralische Gesetz, die Lehre sowie die Schriften. Wichtig für den Buddhismus ist zu erkennen, dass die erfahrbaren Dinge zunächst nur Schein sind. Während die Dharmas, die allem Sein und aller Negation zugrunde liegen, nur nach großer Anstrengung und zumeist nur nach sehr langer Bemühung erkannt werden. Für das Leben in der Welt lässt sich aus der Lehre des Buddha eine Reihe von Tugenden ableiten, unter denen die folgenden auch als Kardinaltugenden bezeichneten fünf die bekanntesten sind. Vertrauen, Geduld oder Ausdauer, Wachsamkeit, Versenkung, Weisheit. Dabei sind Vertrauen und Weisheit die Eckpfeiler. Gemeint ist das Vertrauen in die rettende Kraft der drei Kleinodien, des Buddha, seiner Lehre und seiner Gemeinde, das wie ein Sprung in eine andere Welt gedacht wird, wie das Überschreiten eines Stromes. Dieses Bild findet sich in dem Werk »Die Fragen des Königs Menandros«, Melinda. Dort ist von einem Mann die Rede, der im Bewusstsein seiner Kräfte und Fähigkeiten in einem überfluteten Tal allein den tiefen und daher gefährlichen Graben überspringt und so ans andere Ufer gelangt. Ihm würden die zunächst ängstlichen Massen dann folgen. Und der Bericht zitiert aus dem Samyutta Nikaya, Kraft des Glaubens überquert er den Strom, dank der Ausdauer das Meer des Lebens. Mit Standfestigkeit stillt er die Leiden. Durch Weisheit erlangt er Reinheit. Eine andere Tugend ist die Freundlichkeit. Diese erstreckt sich von der nächsten eigenen Umgebung bis hin zu den Entferntesten und selbst zu denen, die einem zuwider sind. Stets aber bedurfte es immer auch der Ermahnung, sich von allen bösen Handlungen fernzuhalten, seine eigene Güte zu praktizieren und seine Gedanken zu reinigen. Die Gemeinde Sankha Das dritte Juwel, zu dem der Buddhist seine Zuflucht sucht, ist die Gemeinde, die zunächst die Gemeinde der Mönche, dann auch die der Nonnen und später sowohl die Ordinierten wie die männlichen und weiblichen Laienanhänger umfasste. Daher spricht man auch von den vier Sankhas oder vier Versammlungen, den Mönchen, den Nonnen, den Laienanhängern und Laienanhängerinnen. Die Herkunft der Mönchsgemeinde aus der Tradition der Einsiedler- und Wandermönche der Entstehungszeit blieb allerdings prägend bis in die Gegenwart. Und trotz der später insbesondere in China und Japan zunehmenden Bedeutung der Laienanhängerschaft blieb lange Zeit der Mönchsweg die Grundlage für den institutionellen Buddhismus. Dies liegt auch daran, dass der Gründer Gautama Buddha diesen Weg für sich selbst gewählt und als Heilsweg verkündet hatte. Der ordinierte Mönch, der allen Besitz aufgegeben hat, so die Regel, lebt von der Freigebigkeit der Laienanhänger oder sonstiger Geber und verfügt nur über das Nötigste, vor allem die Bettelschale. Das blieb allerdings nicht immer und überall so, denn in China etwa wurde das Betteln nicht üblich, sondern der Sankha stützte sich weitgehend auf Spenden sowie auf eigene Einkünfte. Der Mönch hat keine feste Unterkunft, doch er sucht sich während der Regenzeit eine Bleibe wie Hara, zumeist in der Nähe menschlicher Siedlungen. Daraus wurde der übliche Wechsel zwischen Ortsansässigkeit und Wanderschaft, der in den Mönchsregeln seinen Niederschlag gefunden hat, die auch dort befolgt werden, wo ein anderes Klima herrscht und es keine Regenzeit gibt. Mehrere Viharas können nahe beieinander liegen und so einen größeren Komplex bilden. Nicht in den Anfängen, aber schon sehr früh wurde das klösterliche Leben organisiert, was insbesondere dann erforderlich wurde, wenn Schenkungen oder dem Kloster angeschlossene Güter zu verwalten waren oder wenn einflussreiche Lehrer eine größere Anzahl von Schülern um sich scharrten. Daraus entwickelten sich feste Klöster mit geplanten Anlagen sowie Vorschriften für das klösterliche Leben. Vor allem wird das Leben der Ordinierten durch folgende zehn Gebote geregelt. 1. Keine Lebewesen töten 2. Nicht stehlen bzw. Nichtgegebenes nicht nehmen 3. Keinen unreinen Lebenswandel führen womit vor allem geschlechtliche Enthaltsamkeit gemeint ist 4. Vermeiden von unrechter Rede das heißt nicht lügen 5. Keine berauschenden Getränke zu sich nehmen 6. Nur zu festgelegten Zeiten essen insbesondere nicht nach der Mittagsstunde 7. Nicht an Tanz, Gesangs oder Musikaufführungen teilnehmen 8. Keine Parfüme oder sonstigen Schmuck verwenden 9. Keine bequeme Lagerstatt benutzen 10. Keine Wertsachen wie Gold oder Geld entgegennehmen 10. Der Tagesablauf eines Mönches besteht aus Meditation, Bettelgang, ritueller Waschung und Einnehmen der Mahlzeit. Diese wird mit dem Mittag abgeschlossen. 10. Der Tagesablauf eines Mönches